Oh, hallo! Tschüss! Ach ja! Ach ja! Mission abgeschlossen. Dein Greifarm ist sehr veraltet. Komm zu mir für ein Upgrade. Kein Problem. Upgrade. Immer gerne. Dieser Greifarm, der ist so genial. Oh, der Aufstand in Medici ist gefährlicher, als du vielleicht denkst. Komm mit. Ich habe da eine Kleinigkeit, die ich dir zeigen möchte. Komm. Na gut. Ein verbessertes Modell. Wir können gleich mit den Tests beginnen. Hast du deinen Fallschirm noch? Gut. Zum Glück konnten wir die katastrophale Ausfallquote senken. Wir waren vorsichtig, gründlich und auf Sicherheit bedacht. Nicht so wie... Dema. Nicht wie damals in Guatemala. Ich bin nicht für den Feldansatz geschaffen, aber du hast mich gerettet. Nach Guatemala sollte ich Bavarium erforschen. Bavarium. Kommt nur in Medici vor. Sehr seltsam. Abgesehen von seinen magnetischen Eigenschaften kann man es zu einem extrem starken Sprengstoff raffinieren. Oder als Treibstoff verwenden. In den falschen Händen. Oh Rico, das Bavarium ist in den falschen Händen. Ach ja. Und genau das werden wir ändern. Ich weiß, dass ich mich auf Mario verlassen kann, Dema. Was ist mit dir? Ich habe viele Fehler gemacht, Rico. Vergebung beginnt mit Taten, Dema. Ja, aber ich... Keine Ausreden mehr. Ich werde helfen. Wir treffen uns am Außenposten Guardia Alpha. Du kannst mir beim Test der neuen Ausrüstung helfen. Ach ja. Ich wähle die Schleudertechnik. Greifarm aktivieren. Alter, wo kommt die abend hin? Ah, gut. Gut, und jetzt komm zu mir nach Guardia Alpha. Benutze den Haken beim Fallschirmsprung. Klinke dich ein und ziehe dich durch die Luft. Ich liebe diesen Haken. Hier, warte. Was? So. Explosion verhindert. Explosion? Sicherheit geht vor. Geht's dir gut? Ja, los. Fangen wir an. Ich sollte in deiner Nähe bleiben, um Fehler in deiner Ausrüstung zu beheben. Du hast doch keine Flugangst, oder? Ach, Quatsch. Ein akrophober Agent. Völlig absurd. Oh, das sind Rebellen. Salud. 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 Was hast du mit mir gemacht? Der Vormass der Technologie. Dein Haken wurde auf den neuesten Stand gebracht. Aha, geringeres Risiko von abgetrennten Gliedmaßen. Du kannst jetzt zwei Objekte verbinden und an dich ziehen. Ja, dein Freund Mario hat vorgeschlagen, es Hatschan 03 zu nennen. Aber ich glaube, der Name würde rechtliche Probleme verursachen. Dieser Gardia Alpha wäre doch ein guter Anfang, oder? Zum Beispiel könnte dieses Tor dran glauben. Ja, dann hättest du Zugang zum Außenposten. Oh, mir ist aufgefallen, dass die Rebellen nicht gut über Zäune klettern können. Falsche Ernährung würde ich tippen. Ich weiß, dass ihr es nicht leicht hattet, aber das hier ändert einfach alles. Mit dem Teil kann ich den Außenposten auseinandernehmen. Ohne rumballern. Äh, äh, äh. Das war's. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Ich gehe noch einmal. Tisch. Und da. Ah, Moment. Und Tisch. Oh. Oh. Ach da Ey, da steht noch einer Da steht immer noch Einer Anscheinend nicht mehr Oh oh Ah, ein Transformator Platz, Bombo, Max Ach da Hi, ich war's Wollen wir mal bitte dahin Dann Fühlt sich jetzt einfach die Verstrebung Und zwar dich Ah Komm schon Okay Oh Hihi Das wurde auch keiner mehr mit Okay So, das Zwischenstück ist schon mal weg Äh Okay. Oh, oh. Haken funktioniert jetzt. Außer dem Weg zur Unterstützung. Schicke dir neue Koordinaten. Ich liebe das. Auch wenn ich da fast platt gewaschen wurde, aber das ist mir egal. Die Regierungstruppen nähern sich. Es ist ein Vergeltungsschlag. Für letzte Nacht. Die Rebellen sind in Gefahr. Die Regierungstruppen werden sie gnadenlos überrennen. Das ist tragisch. Und aufregend. Nicht aufregend. Jedenfalls nicht der Angriff. Falsch ausgedrückt. Eine aufregende Chance, meine neue Erfindung zu testen. Und was ist das? Dient der Vermeidung von Katastrophen. Streck deine Arme aus. Nein, so. Was zum Teufel soll das werden? Hm? Fertig. Du hast jetzt ein Wingsuit. Praktisch zum Gleiten. Am besten startet man direkt am Acker. Flieg zur Brücke. Ich hoffe, es funktioniert. Für uns beide, Rico. Ja komm. Ich mach das. Wir müssen alles wieder ins Lot bringen. Hep. Und so. Hey, Dema. Dieser Wingsuit ist nicht übel. Vielleicht hab ich's nicht erwähnt. Hab dir ein experimentelles Gerät GI 64 gegeben. Eine Bavarium-basierte Haftbombe. Dann fangen wir mal mit der Brücke an. Bin jetzt unterwegs zum Aussichtspunkt. Die Rebellus-Truppen nähern sich schnell. Bitte beeil dich. Und. Mal schauen. Zack. Der Konvoi kann kommen. Jetzt hab ich den Tisch getreten. Geil. Ja ja. Ja. Ähm. Mhm. Und tschüss. Tschüss. Du wolltest jetzt eine coole Bemerkung machen. Oder. Warte. Mehrere Helikopter nähern sich. In der Nähe sind zwei Boden-Luft-Raketen-Batterien. Markiere Position. Empfehle Umprogrammierung. Ja. Gleife jetzt auf Kommandofeld von Rakete zu. Batterie ist unter Kontrolle. Jetzt auf die andere Seite. Beeil dich! Oh fuck. Alter. Okay. Das war's. So macht man sich Freunde. Ah. Mahlzeit. Das ist jetzt blöd gelaufen. Gute Arbeit, Dima. Danke, dass du mein Test-Subjekt warst. Wir reden später. Bitte kommen, Rico. Ich bin's. Mario. Mario Frigo. Erinnerst du dich an das Haus meiner Grand-Matte? Sie kocht heute Abend. Du musst kommen. Over. Äh. Over. Wo hast du ein Funkgerät, Mario? Ja. Hui. Was? Das haben die hier alle. Außerdem musst du over sagen. Außerdem musst du over sagen. Riko, bist du das? Ja, ich bin's, Grand-Matte. Dünn bist du geworden. Sagst du Mario bitte, dass er diesen Schrubb von meinem Rasen schaffen soll? Hehehe. Certo, Gran-Matte. Gran-Matte mag wohl das Auto nicht. Ja, sie machte es noch nie. Hehehe. Du hast es nie fertig gemacht. Ich hab auf dich gewartet. Ich bin nicht sauer, ok? dass du gegangen bist ich hatte keine andere Wahl weißt du, ich habe mir solche Gedanken nie gemacht, Rico aber es gibt einen Unterschied zwischen etwas betrachten und etwas sehen wenn man Medici betrachtet, ist es wunderschön, ein Juwel unter der Sonne aber wenn man Medici sieht dann ist es total verrottet Mario, wirst du jetzt zum Philosophen oder was? nein, so ist das nicht ich, seit einer Weile helfe ich den Rebellen aber ich bin nur ein kleines Licht, wir sind keine Armee du hast die Angriffe auf die Ravello gesehen nein, die Rebellen sind abgehauen, sie haben sich versteckt, das war echt peinlich Mario, Rico, das Essen ist fertig Gran Matre, wir sind sofort bei dir, gib uns nur eine Minute, bitte Mario, Respekt sie ist fast taub okay, ich habe einen Plan die Ravello kontrolliert alle Dörfer und Städte und ohne seine Stützpunkte ist am Ende wir rekrutieren Einheiten und bauen eine Armee auf ich werde Manea befreien übertreib nicht gleich, Rico das tue ich nicht wir müssen den Menschen zeigen, dass wir in der Lage sind, ihre Dörfer zurückzuerobern und außerdem zerstöre ich Viselektra das ist total verrückt es ist Zeit, ihm den Saft abzudrehen die Ravello hat die Anlage gebaut in drei, vier Monaten ich verwandelt sie in eine qualmende Ruine in weniger als einem Tag egal was du tust wir sind dabei und egal was du zerstörst wir bauen es wieder auf aber das ganze Gequatsche vertreibt nicht das Knurren aus meinem Magen na dann los ohne Witz wir haben sein Smartphone, Alter das macht mich nicht aber nur ein bisschen Zeit für ein Upgrade abgeschlossen ich würde sagen wir machen wir machen dann